Hallo zusammen, ich bin hier zu Neumarkt. Wir sehen hier Tuktuks. Chuchu-Bähnchen. Das ist eine Chuchu-Bähn, wo jetzt die Klimaanlagen nicht laufen. Diese Chuchu-Bähnchen sind im Zug. Mit hinteren Dieselgetriebenen Klimaanlagen drauf. Wir haben hier den Bockkompressor. So dann effektiv rund läuft. Wir starten jetzt noch ein paar Mal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir starten. Ja, 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 ja.